Der Kinocast Hallo und willkommen hier zum neuen Kinocast. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. So, das war es auch schon heute, wir zwei. Auf Wiederhören. Ach nee, Moment. So weiß man noch nicht. In der Sneak Preview, den Film Arthur der Große, heißt er im Deutschen, Arthur the King gesehen. Da geht es überraschenderweise nicht um eine Monarchie, sondern im weitesten Sinne ein Sportfilm, Sportdrama, ein Hundefilm, ja, wie auch immer. Mark Wahlberg zusammen mit Hund funktioniert gut, kennen wir aus der Sneak Preview seit Dog. Was haben wir noch? Wir haben auf Netflix geschaut, The Gentleman. Die Serie, die gerade ziemlich durch die Decke geht. Und ich habe die andere Serie geschaut noch, die durch die Decke geht, nämlich A Three-Body Problem. Das ist irgendwie gerade so, ich glaube, Platz 1 und Platz 2 der Netflix-Charts aktuell. Also wenn da nichts für euch dabei ist, liebe HörerInnen, dann weiß ich auch nicht. Dann gibt es natürlich von mir die Serien Neustarts der Woche, herausgepickt für euch, die natürlich noch nicht gesehen, weil die starten ja erst noch. Aber ich kann euch schon mal sagen, was sich lohnt eventuell. Und ja, dann gucken wir mal, was uns noch so einfällt. Chris, Arthur der Große, über was für eine Monarchie reden wir hier? Um eine Hunde-Monarchie. So, wir haben Mark Wahlberg, der so ein Extremsportler ist, so ein Runner oder wie heißen sie es? Ja, so ultra-extrem ist das irgendwie. Also mehrere Tage draußen mit verschiedenen Disziplinen, also von Klettern, wo man selber irgendwie den Weg finden muss zum nächsten Checkpoint. Das ist nicht direkt so ein Ultramarathon, weil bei Ultramarathon so läufst du meistens auf so Trails, die so abgesteckt sind, sondern die müssen halt noch selber navigieren zu den nächsten. Und da ist es natürlich so, wenn du, was weiß ich, über den Berg kletterst, weil das kürzer ist, kannst du machen, kannst du außen rum gehen. Genau. Also die völlig kaputten. Michael Light spielt, ja, Profisportler, der eben genau solche Sachen macht. Und der ist ein ziemlicher, ja, etwas schwieriger Charakter, was das angeht. Und gerät da bei so einer Runde mit seinem Team gewaltig aneinander, weil das sich irgendwo vor Franz irgendwie falsch laufen. Und es scheppert dann ganz gewaltig und das fliegt ihm auch Social Media technisch komplett um die Ohren. Und deswegen beendet er mehr oder weniger seine Karriere, aber merkt nach ungefähr drei Jahren, dass er doch noch irgendwie Bock hat, so ein Ding zu machen. Weil er fühlt sich so ein bisschen als der Unvollendete, weil er zwar immer gut dabei war, aber nie was gewonnen hat, so ein Ding. Und er stellt dann, eben nachdem er mehr oder weniger einen Sponsor einigermaßen überzeugt hat, das zu machen nach der Abstinenz, ein neues Team zusammen. Zusammen mit Lio, gespielt von Samu Liu, Chick, Ali Suleiman und Olivia Nathalie Emmanuel, die alle ihre eigenen Spezialfähigkeiten haben. Also Lio ist hier auch so ein Extremsportler, der inzwischen ein eigenes Modelabel hat und auch sehr aktiv auf Social Media ist und da eben für Klicks und Support und auch wenn Sponsor natürlich gut ankommt. Chick ist der Navigator, der allerdings mit gewaltigen Knieproblemen zu kämpfen hat und deswegen auch aus seinem letzten Team rausgeflogen ist. Und Olivia ist die Tochter von einem, der extrem stark bei der Kletterwand ist, einer der besten Kletterer der Welt, Freikletterer der Welt. Und er kriegt es tatsächlich hin, die zu überreden, nach Peru mitzukommen, um dort das sogenannte, Achtung, Adventure Racing World Championship teilzunehmen. In der Dominikanischen Republik, nicht Peru. Guck mal, jetzt geht es richtig los. In der Domrep. Und dort machen sie sich eben auf den Weg und in der Domrep gibt es eben auch sehr, sehr viele Straßenhunde und das ist so ein bisschen der zweite Strang, der da erzählt wird. Und von eben einem rumstreuenden Hund, der immer irgendwie so ein bisschen sucht, wo er hin kann, wo er was er machen kann, wo er an Essen kommt und wie und was. Er ist eigentlich schon so ein recht schnuffeliger Kerl, der auch in der Hundewelt nicht so beliebt ist, wie es scheint. Und diese Wege des streitbaren Michael Light und eben von dem Hund, der bis dato noch keinen Namen hat, die kreuzen sich dann in einem der Zwischencamps, wo Michael dem guten Hund hier Leckerlis gibt. Also er gibt ihm diese Fleischbärchen und die schließen da so ein bisschen Freundschaft mit auch so, ja, ist halt ein Straßenköter und was weiß ich, was ist und blablabla. Machen sich dann allerdings auch keine großen Gedanken, sondern machen sich direkt weiter auf den Weg, weil sie wollen ja das Rennen unbedingt gewinnen. Der Punkt ist allerdings, Arthur folgt ihnen. Und bis sie dann beim nächsten Checkpoint sind mit allen Höhen und Tiefen, da ist richtig, richtig Action mit einer Seilwinde, mit was weiß ich was, schlechtem Wetter und, 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 und. Wirklich, die kommen an ihre Grenzen da teilweise und gehen da aber trotzdem noch drüber hinaus und am nächsten Checkpoint ist eben Arthur wieder da, der Hund wieder da. Und dann ist auch so, wie kommt der Hund hierher, warum ist der hier und was weiß ich, was. Das war eine gute Szene, muss ich mal kurz einhaken. Das fand ich so super, weil ich habe mich das nämlich auch gefragt, hä, weil die sind wirklich über einen Berg geklettert, über eine Schlucht mit einer Seilwinde und auf einmal ist der Hund wieder da, wie hat der das gemacht? Und die stellen sich halt im Film selber die Frage, also das ist eine sehr gut gelöst vom Drehbuch her, weil das ist das, was du dich als Zuschauer halt auch fragst in dem Moment, wie soll das gehen? Das ist ja jetzt unrealistisch. In dem Moment, wo du das denkst, stellen die sich selber auf der Leinwand die Frage, wie hat der das jetzt gemacht? Ja, keine Ahnung. Und das fand ich so gut gelöst, dass in dem Moment, wo ich mir das als Zuschauer die Frage gestellt habe, das beantwortet wird auf der Leinwand. Also wirklich on point, absolut, also großartig. Ja genau, der Punkt ist eben, es kann sogar schon gehen, weil die haben ja auch Abkürzungen genommen und wenn er einmal quer durch den Dschungel gerannt ist, geht das schon. Ja, aber der wusste ja nicht, wo die hinwollen, aber ich fand das halt gut, die Szene, wie es für uns Zuschauer aufgibt. Ja, wie es gelöst hat, war echt super. Weil dieses Gespür zu haben als Regisseur, Moment, wenn wir das jetzt so machen, an irgendeinem Punkt, wenn der jetzt plötzlich wieder auftaucht, stellt sich ja der Zuschauer die Frage, wie hat denn der das jetzt gemacht? Ja, okay, dann lassen wir doch einfach die Leute auf der Leinwand das diskutieren und rätseln, wie er es gemacht hat. Das finde ich so gut. Also genau on point, wirklich wie wenn ein Comedian on point eine Pointe zündet, wo gerade die Zuschauer im Saal irgendwie gerade denselben Gedankengang hatten. Genauso war das hier in dem Film, großartig. Ja, war wirklich gut gelöst. Und ab dem Moment begleitet Arthur eben diesen Trupp, der sich nicht immer eins ist, der sich nicht immer grün ist und alles trotz allem zusammenbeißt, die Zähne zusammenbeißt und eben weitermacht. Und aus dem Viererteam wird plötzlich ein Fünferteam, der ganz andere Qualitäten mit reinbringt in diese Truppe und dort auch für ein ganz anderes Verständnis sorgt und ganz neue Teile eben aufbricht. Weil ich möchte jetzt nicht verraten, was noch alles passiert und wie es dann mit Arthur weitergeht und was weiß ich was. Nur ich fand es so großartig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das so herzerwärmend auch gespielt ist und man erkennt, wie diese Freundschaft zwischen Straßenköter oder Straßenhund und eben Mark Warburg da entsteht. Und wie die beiden harmonieren tatsächlich auch mehr oder weniger, das ist schon ganz, ganz stark. Und man muss ja auch noch dazu sagen, es ist ja wirklich eine wahre Geschichte. Also Michael Light gibt es wirklich, Arthur gibt es wirklich und einfach eine schön erzählte, in einem schönen Tempo auch erzählte Story, die echt Spaß gemacht hat zum Anschauen, die echt entspannend teilweise war, die echt entspannend war, die komplett goldig war, was den Hund angeht und auch die Interaktion mit dem Hund auch, wo du denkst so manchmal so, ja, der eine könnte vielleicht jetzt auch nicht so scharf auf das mit dem Hund sein und na, vielleicht schwierig und bla bla bla. Von wegen, was da nämlich auch so mit rauskommt, dass die alle davon irgendwo profitieren und das ist einfach ganz stark erzählt. Also hat mir unglaublich Spaß gemacht, hinten raus auch noch, dass hinten raus noch ein bisschen dramatischer wird und alles. Und da, ja, ich war im Großen und Ganzen, bin ich sogar mit dem Ende von dem Film einverstanden und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Übrigens, ganz, ganz kurzer Funfact, dass, also in Wirklichkeit, Michael Light heißt er nicht in Wirklichkeit, er heißt Michael Lindnord. Und tatsächlich, Mark Wahlberg hat sich wohl am ersten Drehtag schon am Knie verletzt und hat das dann trotzdem mit durchgezogen, trotz den Schmerzen im Knie und alles und hat das mit in die Rolle einfließen lassen. Nur mal ganz kurz noch so. Aber ja, hat mir großartig gefallen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, ja, auf jeden Fall auch. Also das war, das war so eine interessante Mischung. Also ich mag ja sowieso so Sportfilme, mag ich eigentlich ganz gerne, wenn die gut inszeniert sind. Und das war ja nun eine Sache, die ich teilweise noch nachvollziehen konnte. Also wenn sie gelaufen sind, das konnte ich noch ein bisschen nachvollziehen. Aber die sind ja völlig kaputt. Die sind ja, also mehrere Tage und dann immer nur mal eine halbe Stunde schlafen in der Nacht und dann irgendwie sofort wieder weiter. Und dann machen sie, was weiß ich, am ersten Tag einfach mal. Ich habe es mir immer, die haben das ja in Meilen angezeigt, die Distanzen. Ich musste mir es immer mal umrechnen, um es mal, damit ich es genau wusste. Also die haben ja am ersten Tag schon einen Ultramarathon. Also 72 Kilometer über. Und vor allem jetzt nicht auf der Straße. Ja, ich meine, auf der Straße ist es so, man kann dann immer noch so ein bisschen, ja, in so einer Art, ja, so ein bisschen abschalten im Kopf. Nicht direkt abschalten, aber, ja, wie soll man es nennen? Das ist dann so eine Art Zustand, den man da erreicht beim Laufen, wo dann auch so die Schmerzen nicht ganz so nach vorne treten, weil man so ein bisschen leicht abgeschaltet hat. Das kannst du aber halt nicht, wenn es über Stock und Stein geht. Da musst du halt wirklich die ganze Zeit alarmbereit sein, weil da kann immer eine Wurzel kommen oder ein Huppel oder irgendwas. Du kannst kein bisschen abschalten. Das sind eh, also die, die Ultras machen oder hier Trailrunning, die finde ich eh schon immer, also die haben noch mehr Respekt von mir verdient. Weil ich mit meinen, gerade mal Halbmarathon, was ich bis jetzt so gelaufen bin immer und dann, also Marathon habe ich ja erst noch vor, aber die machen ja teilweise Ultra, also 72 und dann teilweise Trail und die machen das ja innerhalb von 10 Tagen, machen die mehrere Ultras. Dann noch, was weiß ich, Mountainbiking, äh, Klettern und sonst was alles, Kanu fahren, also, äh, oah, ey, das ist ja, und dann quasi komplett die ganze Zeit in Bewegung. Also du hast wirklich nur eine halbe Stunde irgendwie in der, äh, am Tag mal irgendwo Ruhe oder das eine Mal gönnen sie sich ja vier Stunden, weil es den einen völlig entschärft hatte. Ähm, ja, aber das ist ja echt krass. Also, ich bin schon nach einem Halbmarathon, da muss ich erst mal einen halben Tag mich ausruhen, ne? Die, die macht sie ihn einfach durch, also absolut, rein sportlich gesehen, äh, absoluter Wahnsinn, was die da machen. Ich saß öfters neben dir und hab gemeint, im Leben nicht. Ja, genau, mit dem, mit dem, mit der, mit der Seilwind über die Schlucht oder so. Ja, im Leben nicht. Ja, ja, ich meine, in Deutschland hätte ich da weniger ein Thema, weil hier mit TÜV abgenommen und sonst was alles, aber, aber da, äh, ich meine, das Original spielt da, glaube ich, in Ecuador. Der, 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 der Ultra und hier war, äh, spielte das ja wegen den Dreharbeiten, haben sie das ja auf die, in der Dom-Rep verlegt und so. Ähm, da würde ich mich nicht trauen, über irgendein Seil, was da hängt, wo keiner ist, der da irgendwie Maintenance macht oder sowas oder das mal prüft, ob das alles so geht. Das, das, das hat sowas wie Indiana Jones, der auf eine alte klapprige Brücke, die über irgendein, ja, naja. Und die noch mit ihren Fahrrädern noch zusätzlich mit Gewicht und dann, dann, dann. Ist nicht alles verraten. Nee, nee, aber die müssen ja die Fahrräder mitnehmen, ne, über die Schlucht, ne. Naja, nee, also, also allein das, das hat mir schon, hat mir schon sehr gut gefallen, auch die Inszenierung und so. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr, ähm, sag mal so, in Anführungszeichen, technische Daten. Also, ich sag mal so, wenn, ich gucke ja auch gern so, ähm, Iron Man und, und Laufwettbewerbe und sowas. Da kriegst du halt immer so ein bisschen auch angezeigt, wie viel haben sie denn jetzt schon weg und wie viel kommt da noch und, und wie liegen sie zeitlich und so. Ähm, dadurch, dass das hier fast schon so ein bisschen quasi dokumentarisch war, hätte ich mir da noch ein bisschen, gerne so ein bisschen mehr, um das einzuschätzen, ja, was kommt da jetzt noch und, und wo sind sie denn jetzt gerade? Und, ja, das war dann immer plötzlich, ach so, jetzt sind sie hier schon am nächsten Checkpoint. Okay, da müssen jetzt schon sieben Stunden vergangen sein. Ah, interessant, äh, das hat man sich dann halt so ein bisschen zusammengereimt. Aber, ja, krass. Und dann natürlich die ganze Geschichte mit Hund. Also, ich glaube, nicht nur, wenn man Hundebesitzer ist oder Hundebesitzerin ist, äh, kann man diese, das Nachvollziehen, äh, diese, diese Freundschaft, die sich da entwickelt. Und auch, ich habe ja auch immer so den Gedanken oder das Gefühl so bei Hunden, ähm, ist ja nun auch der, der Hund, den wir jetzt haben, ist ja auch nicht der erste Hund, den ich habe und hat auch schon Hunde, andere Hunde. Es ist auch immer so, dass die Hunde sich auch so ein bisschen ihre, ihre, ihre Herrchen oder Frauchen so ein bisschen aussuchen. Und gerade auch so Hunde, die vielleicht, ähm, einiges erlebt haben, wie der in dem Film, ähm, die suchen sich da noch ganz bewusst auch so vielleicht Leute aus, wo sie, wo sie merken, die, die meinen es bestimmt gut mit mir und, ähm, an die, die kann ich mich anvertrauen und schöpfen dann halt Vertrauen und so. Und das kommt halt hier auch erstaunlich gut raus. Also, der Hund spielt das auch sehr gut. Also, der, der Hundetrainer hat da ganze Arbeit geleistet, dass das wirklich so rüberkommt. Also, auch diese, diese Mimik von dem, von dem Hund. Und das war ja nun wirklich kein, kein CGI oder so. Das scheint ja ein echter Hund die ganze Zeit gewesen zu sein. Und, ähm, dann natürlich auch, wo es sehr dramatisch wird gegen Ende, wo man wirklich einen Kloß im Hals hat und so. Ich will mir jetzt mal nichts verraten. Und, ähm, ganz, also wirklich ein sehr, sehr runder, toller Film, den wir da in der Sneak Preview hatten, den ich jetzt gar nicht so erwartet hätte. Ähm, ich dachte, okay, ja, noch, noch ein Film mit Mark Wahlberg als Hund. Der vorhergehende, äh, nicht als Hund, mit Hund. Ah, der, 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 der vorhergehende war ja schon ganz gut. Irgendwie funktioniert Mark Wahlberg sehr gut mit irgendwelchen Tieren. Also, mit Ted hat ja auch gut funktioniert. Mit den Bären. Oh, wow. Also, zuerst Mark Wahlberg als Hund und dann Mark Wahlberg mit Tieren, also Ted. Und in dem, äh, ja, ich fand es sehr gut. Ich glaube, ich werde mal das Buch auch lesen. Ähm, der Hund, der Hund, der den Dschungel durchquert, um ein Zuhause zu finden. Das fand ich, finde ich sehr schön. Der Titel auch. Naja, toller, toller Film, den wir da in der Sneak Preview hatten. Kannst nicht anders sagen. Definitiv, definitiv. Deswegen auch von mir ganz klare Acht von Zehn Punkten. Weil, einfach super gemacht, super cool, schön gedreht, tolle, tolle Aufnahmen teilweise auch wirklich. Und einfach, ja, einfach, einfach, einfach stark. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kann ich echt jedem nur empfehlen, reinzugehen ins Kino und den da anzugucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ist auch gerade so bei den, bei den sportlichen Szenen. Also, wenn es ums, ums Laufen geht, was ich so ein bisschen nachvollziehen kann. Also, nicht den kranken Scheiß, den die da machen, sondern überhaupt so ein bisschen wenigstens. Ähm, das, da, ich habe richtig mitgelitten, weil das auch so gut inszeniert war. Wenn sie dann in den Schlamm und bleiben, da steckt, dachte ich, ach du Scheiße, das geht so auf die Gelenke. Und das kostet so viel Kraft und alles Mögliche. Ich habe da so mitgelitten, wenn die da irgendwo, ähm, ja. Ja, also richtig, wann, wann startet der eigentlich? Jetzt wissen wir das eigentlich. Arthur der Große, 25. Vierter. Also, in einem Monat müsst ihr euch noch ein bisschen, ähm, im, im, im hinteren, in den hinteren Windungen des Gehirns merken. In einem Monat. Wir erinnern euch auf jeden Fall. Wir werden, ja, auf jeden Fall, ihr hört ja jede Folge. Und da werden wir euch definitiv nochmal dran erinnern, an den Film Arthur der Große, wenn der dann startet. Aber erst geben wir mal noch Punkte. Ich gebe auf jeden Fall acht Punkte, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich vielleicht sogar noch mal aufwerte oder so. Ja, habe ich auch gerade schon gesagt. Ich bin ja auch bei acht. Super, super. Gucken wir gleich mal rüber in die Sneak-Tipps für die morgige Sneak-Preview am 25.03. Das ist die 12.09. Der Tipp ist, oh Wunder. Oh Wunder. Ähm, da sind bis jetzt zwei Hinweise eingegangen. Einmal von mir, den habe ich relativ schnell, als ich gehört habe, mit diesem Wunder, weil, ähm, das kommt, glaube ich, im Trailer. Nämlich Chantal im Märchenland, was so das Spin-Off ist von diesen ganzen Fuck-You-Filmen. Also ich habe drei Tipps, aber das ist ja egal, ne? Echt? Achso, muss man wieder alle Kommentare, ne? Ja. Okay, ja. Dann Chantal im Märchenland, ja, hervorragend. Dann die Susanne, auch, die hat ja letztes Mal, glaube ich, zum ersten Mal getippt, schöne Grüße. Die Susanne hat getippt, das Zimmer der Wunder, also das wäre natürlich ein bisschen sehr offensichtlich, also, ähm, wenn wirklich der Tipp, oh Wunder ist und dass dieses Wort dann auch im Filmtitel vorkommt, ja, kann aber sein, man weiß es nicht. Und die Steff, schöne Grüße, ähm, die tippt, weil es von der gleichen Autorin, wie das Buch Wunder ist, tippt sie auf den Film White Bird. White Bird. Weiß ich jetzt gerade gar nichts dazu. Ich gucke aber mal kurz, wann der, wann der anläuft und was der für ein Verlag, oh, der ist auch Leonine. Ja, wir bekommen ja gerade gefühlt alles von Leonine. Und das kann schon sein, er startet am 11.04., also das, oh, das kann tatsächlich sein. Also dann, dann würde ich fast, äh, wenn ich hier, wenn das ein Roulette-Tisch wäre, würde ich meinen Einsatz auf den Tipp von der Kate setzen, äh, von der Kate, von der Steff setzen. Und, ähm, genau, weil das könnte dann gut passen. Okay, das waren die Sneak-Tipps. Im Kino haben wir noch nicht geschafft, Ghostbusters zu gucken, aber, kleiner Spoiler, wir werden es vielleicht nächste Woche mal angucken. Das werden wir aber noch nicht vor der nächsten Aufnahme schaffen. Ähm, das heißt, die nächste Aufnahme ist dann noch ohne Ghostbusters, aber wir haben es mal in der, in der Planung drin. Genau. Wir sind da was am Planen dran. Falls es noch jemand kennt, den Film. Ähm, dann schauen wir doch mal, was noch so Neues anläuft, was da eventuell Ghostbusters Konkurrenz macht. Kino-Charts und Neustarts. Und natürlich in die Charts, die ich irgendwie auch mal finden muss. Ähm, die Charts soll ich mit denen anfangen? Ich hab's jetzt hier, jetzt mal kurz gucken, äh, okay, hier müssen wir, da ist Dune mehrmals drin. Also ich glaub, die 5 ist Poor Things. Vollkommen richtig. Obwohl der jetzt auf Disney Plus läuft der, glaub ich, ne? Aber geht ruhig ins Kino. Kinos brauchen euer Geld. Große Leinwand kommt gut, weil der Film ist sehr cineastisch. Und Platz Nummer 4, die Herrlichkeit des Lebens. Wann kommt jetzt, okay, ja, Platz 3 ist dann, äh, The Zone of Interest, der Oscar-Gewinner. Ja, sehr empfehlenswerter Film, sehr bedrückender auch. Und Platz 2 mit Hit-Me-Baby-One-More-Time, Kung-Fu-Panda 4. Und Platz 1, nämlich, weil der in diversen Versionen läuft hier, ähm, ist Dune, Part 2. Der räumt ja richtig ab. Wahnsinn. Interessiert mich eigentlich auch. Mal schauen, ob ich da das noch irgendwie schaffe, den mal zu schauen. Vielleicht schaffe ich das ja in der nächsten Woche irgendwie. Okay, mhm, was haben wir denn noch so Schönes? Die Neustartste Woche. Was läuft denn da alles an? Wir gucken mal bei Kino.de erstmal, schauen, ob wir da irgendwie weiterkommen. Ach, da läuft sogar Chantal im Märchenland an am 28.03. Dann könnte es ja sogar fast sein, dass der, ist das nicht auch sogar Leonine oder so? Vielleicht. Keine Ahnung, aber Fuck-You-Göte-Spin-Off, ne, mit Jella-Hase. Die Jella-Hase als Märchenprinzessin der etwas anderen Art, die um ihre Freundschaft mit Zeynep kämpfen muss. Wobei ich sagen muss, ich habe den Trailer gesehen. Ähm, der Trailer, ich fand den nicht so schlimm wie jetzt die Fuck-You-Göte-und-sonst-was-Trailer. Also ich fand den sogar so, dass man sagen würde, okay, kann man mal reingucken. Also war jetzt nicht so, da muss ich sehen oder so. Aber wo ich gedacht habe, ja, für die Sneak ist der vielleicht ganz okay. Mal schauen. Okay, dann muss ich jetzt den machen. Kleine schmutzige Briefe, der wurde ja mehrfach getippt hier in der Sneak-Preview. Wir werden nie erfahren, äh, wie der Film mit Olivia Colman und Jesse Buckley ist, wo Olivia Colman jede Menge, ähm, Dirty-Talk-Briefe geschickt bekommt, die sie da beim T-Kränzchen vorliest. Ähm, der sah sehr schön aus, der Trailer, sehr witzig. Ähm, wir werden es nicht erfahren offensichtlich, aber vielleicht, ja, oh Wunder, vielleicht kommt es ja doch noch. Aber wer weiß. Dann kommt ein Film, den hatten wir schon in der Sneak mit One Life, das Biopic mit Anthony Hopkins als Niklas Winton, der vor Beginn des Zweiten Weltkriegs hunderte Kinder jüdischer Abstammung von Prag nach London ins Sicherheit brachte. Sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Hat, glaube ich, auch Dr. Alban ein Lied drüber gemacht, ne? Aber na gut. Ähm, die Dschungelhelden auf Weltreise. Das ist der zweite Kinofilm mittlerweile über die kunderbunte Dschungelhelden-Truppe, die dieses Mal nach einem Heilmittel in der ganzen Welt sucht. Ha, für Kinder. Stimmt, schöner Kinderfilm. Obwohl, da kommt ja noch ein Kinderfilm, sehe ich gerade. Da kommt noch ein Kinderfilm mit Paw Patrol, das Osterspecial. Kino-Special anlässlich des Osterfestes 2024, in dem neue Folgen der zehnten Staffel Paw Patrol exklusiv vorab im Kino gezeigt werden. Eure Kleines ist noch nicht so mit Fernsehen gucken und Paw Patrol oder sowas, ne? Nein, nein, nein. Ja, ich weiß nur, also wo mein Kleiner noch ein bisschen kleiner war. Also Paw Patrol war ein Riesending. Also das ist, ja. Club Zero läuft noch an. Eine schwarze Komödie über eine Lehrerin, die in einem Elite-Internat die Jugendlichen zum Fasten animiert. Na, das klingt doch nach einem spaßlichen Film. Kommt nett, ja. Dann haben wir noch Loiben. Ein Drama, wo ich keine Ahnung habe, worum es geht. Was soll ein Drama-Liebesfilm aus Bulgarien und Spanien, okay. Ja, damit hast du auch schon alles gesagt. Und Rosa und der Steintroll, ne? Ja, Rosa, es geht hier nicht um Rosa Luxemburg, sondern Rosa und der Steintroll ist ein animierter Film, wo die kleine Blumenfee Rosa in ihrem ganzen Leben noch nie ihren Rosenstrauch verlassen hat. Und entsprechend einsam ist sie auch und sie wünscht sich nichts sehnlicher als einen Freund. Als plötzlich der Schmetterling Silk auftaucht, scheint Rosas Wunsch endlich in Erfüllung zu gehen. Und auch wenn sie sich trauen und ihren Rosenstrauch einmal verlassen würde. Ja. Wahrscheinlich für die ganz Kleinen dann. Okay, dann sind wir durch für die Neustarts der, der Kino-Neustarts, sagen wir so, die Kino-Neustarts der Woche. Und können auch schon direkt rüberspringen in den Serienbereich. Serien. Wer mich kennt, ich bin ja nicht so derjenige, der so eine Serie von Anfang bis Ende so durchbincht, wie das heutzutage heißt. Also quasi durchsuchtet, alles durchschaut und eine Folge nach der anderen. Und wenn Netflix fragt, sind sie überhaupt noch da? Ja, klar bin ich noch da. Und drücken. So ging es mir aber tatsächlich. Also ich habe diverse Serien jetzt in den letzten Tagen angefangen. Wir müssen ja auch ein bisschen was schauen für Fortsetzung folgt. Und eine Serie, die müssen wir gar nicht schauen für Fortsetzung folgt. Die hat mich aber interessiert, weil die in meiner Filterbubble relativ positiv aufgenommen wurde. Und ein gemeinsamer Freund von uns, Chris, hatte mir auf WhatsApp geschrieben, der Fabi. Dem hatte ich nämlich den neuen Trailer geschickt für, nee, den Teaser geschickt für den neuen Alien-Film, der ja rumging letzte Woche. Und du kennst ihn natürlich. Achso, nein, ich will den nicht schauen. Ich will nicht irgendwie. Ich habe gesagt, nee, den kannst du schauen. Der verrät überhaupt nichts. Der zeigt nur ein bisschen die Stimmung von dem Trailer und so. War ein bisschen Diskussion notwendig, bis er es dann endlich mal geguckt hat und fand es dann großartig. Und dann hat er gesagt, ey Erik, hast du schon ein Three-Body-Problem geschaut? Weil da habe ich die Hörbücher gehört und fand die großartig und so. Und das könnte dir gefallen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn schon mal aus der Richtung mal ein Filmtipp kommt oder ein Serientipp, dann gucke ich da doch mal rein. Und habe bei Three-Body-Problem reingeschaut. Wobei mir die Beschreibung, die es da überall so gibt, also das basiert auf einer sehr bekannten Buchreihe, die ich nicht kenne. Die aber offensichtlich sehr beliebt ist. Die sogenannte Trisolaris-Roman-Trilogie, wo es um drei Sonnen geht halt. Und es geht, also die Beschreibung geht darum, dass die Menschheit irgendwie in Kontakt mit Aliens kommt, Kontakt aufnehmen kann. Und sich dann auf der Erde natürlich verschiedene Fraktionen bilden. Oder manche, die sagen, ja, das ist gut, wenn wir mit denen Kontakt aufnehmen. Die machen sich dann auch schon auf den Weg, die Aliens. Das erfährt man dann auch. Die wollen zur Erde kommen. Aber da gibt es natürlich, wie immer, auf der Erde so verschiedene Leute, die einen sagen, naja, ist doch gut, wenn die kommen. Also aktuell, wie es so ist hier mit globaler Erwärmung und mit Kriegen. Das kann ja nur besser werden, wenn die uns zur Seite stehen und da vielleicht ein bisschen nach vorne bringen und ein bisschen Einfluss von außen kommt. Ja, und dann gibt es natürlich die anderen, die sagen, um Gottes Willen, auf keinen Fall, Kontakt abbrechen, um Himmels Willen, bloß nicht. Und dann gibt es natürlich die Dritten, die sagen, oh Gott, wir müssen uns verteidigen, wenn die kommen. Das war ja immer so in der Vergangenheit, in der Geschichte der Menschheit, wenn da eine überentwickelte Spezies auf eine andere getroffen ist, siehe zum Beispiel die Native Americans oder so, dann ist es meistens nicht gut ausgegangen für die unterlegene Spezies. Und die wollen dann halt, oder die Fraktion versucht dann halt eher in die Richtung zu gehen, da so Abwehrmaßnahmen zu treffen und die schon während der Reise zu uns so zu bekämpfen, ja. Und das ist aber so die Beschreibung, die man überall so liest. Aber die Serie ist doch ein bisschen anders. Sie schlägt erstmal einen weiten Bogen in den ersten Folgen, was mich erstmal so ein bisschen verwirrt hat, wo ich erstmal gedacht hätte, boah, ob das was für mich ist, so. Also es fängt erstmal irgendwo in China der 60er Jahre an, wo so eine Frau dann erstmal verhaftet wird. Da wird jemand totgeschlagen auf der Bühne, auf so einer Art Bühne, wo jemand quasi öffentlich denunziert wird und der irgendwelche Forschung betrieben hat. Und dann sind natürlich Blutschande, die ganze Familie ist damit in Mitleidenschaft gezogen von der Ächtung des Vaters und die Tochter wird dann halt, kommt ins Gefängnis und wird dann irgendwie rausgeholt und wird dann zu so einer Forscherin in so ein geheimes Forschungsprojekt geholt. Und da findet dann übrigens dieser erste Kontakt statt mit dem außerirdischen Leben oder man weiß es ja nicht, was es ist. Also man hat halt Kontakt mit irgendwas und das hat mich alles sehr, sehr verwirrt, weil dann werden noch mehrere Storylinien aufgemacht in anderen Teilen der Welt. Dann wird so ein bisschen hin und her gesprungen, vorne und hinten und in die Jetzt-Zeit oder was ist überhaupt Jetzt-Zeit, wissen wir das oder reden wir jetzt hier von der Zukunft und das andere ist nur ausgedacht. Hat mich sehr ein bisschen verwirrt am Anfang, aber die Serie findet dann relativ schnell in ihre eigentliche Erzählstruktur rein, nämlich das, was ich jetzt am Anfang erzählt hatte mit diesen verschiedenen Fraktionen, die es gibt. Und das wird dann relativ schnell dann auf eine Linie gebracht, der Erzählstrang und das wird nicht mehr so viel hin und her gesprungen. Und ich sag mal so, die bekanntesten Darsteller, Isa Gonzalez ist mit dabei, Alex Sharp ist mit dabei, John Bradley, Benedict Wong könnte man kennen hier aus den, ich glaube Doctor Strange Filmen war der immer dabei, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Wong aus den Doctor Strange Filmen aus dem Marvel-Universum. Genau, sehr, 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 sehr großartig und ich habe auch festgestellt, ich habe es am Anfang so ein bisschen auf Deutsch geschaut gehabt, weil da war sowieso viel, wie ich gesagt hätte, auf Chinesisch, was dann untertitelt war. Und ja, und dann habe ich irgendwie nicht umgeschaltet und ich habe dann später aber auf Englisch umgeschaltet und das war dann auch echt toll, dann den Benedict Wong da zu hören und es ist dann auch so witzig teilweise, also gerade so diese düstere Grundstimmung, die am Anfang herrscht, die wird dann nachher später so ein bisschen aufgelockert. Und ich habe es gestern noch komplett durchgeschaut, also quasi innerhalb von zwei Tagen die komplette Serie durchgeschaut, es sind irgendwie sieben oder acht Folgen, wenn ich mich recht erinnere. Also die erste Staffel komplett geschaut, es hat auch ein tolles Ende und es ist ja so, es ist nicht so diese typische Geschichte so, ja, wir sehen jetzt, wir sehen jetzt, wie irgendwas gemacht wird und das, ja, man überlegt sich, was wissenschaftlich ist und das klappt dann alles, sondern es ist mit sehr viel Rückschlägen verbunden. Und das fand ich halt hier auch gut, dass eben nicht gezeigt wird, dass, ja, alles ist hier ganz, ganz toll und alle arbeiten zusammen und, sondern da gibt es unheimlich viele Rückschläge auf dem Weg und die versuchen Sachen und das funktioniert nicht und die versuchen Sachen, das funktioniert nicht. Also man weiß nicht, schaffen sie es jetzt nun irgendwas in irgendeine Richtung zu entwickeln und jede Fraktion macht ja so ihr eigenes Ding und man weiß jetzt nicht genau, was wird denn nun überhaupt, was ist denn nun zielführend und was man vielleicht auch noch erwähnen soll, dass die Serie, die Showrunner der Serie sind David Benioff und D.B. Weiss, die waren zum Beispiel auch Showrunner von Game of Thrones. Und David Benioff, der hat ja auch ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben mit 25 Stunden, was auch mit Edward Norton verfilmt ist, was mir auch gut gefallen hat und, ja, hat er, glaube ich, auch selber, weiß nicht, hat er da nicht Regie geführt, weiß gar nicht mehr, aber es ist richtig gut auch geschrieben. Am Anfang ist es, wie gesagt, sehr zerfasert und da gibt es dann auch noch so eine Sache, dass plötzlich auf der Erde überall so eine Art VR-Masken auftauchen, wenn die Leute das aufsetzen, ist man so eine Art Computerspiel drin, wo Probleme gelöst werden müssen und man weiß auch gar nicht, was hat das jetzt damit zu tun und es ist alles sehr, sehr verwirrend am Anfang. Man muss viel, ja, viel, viel, viel Sitzfleisch mitbringen, um zu dem Punkt zu kommen, wo es dann richtig gut wird, aber dann wird es auch richtig gut, finde ich. Also ich mag diese, diese komplette Stimmung, ich mag die Charaktere, das Casting, da treten so viele geniale Schauspieler auch in Nebenrollen auf, die ich jetzt mal bewusst noch nicht genannt habe. Natürlich einige von Game of Thrones, also Liam Cunningham ist mit dabei, der hat, wen hat er gespielt? Irgend so ein König da bei Game of Thrones, ich weiß gerade nicht mehr, wer. Dann der eine, der etwas, der John Bradley, der hat bei der Nachtwache gespielt, da war dieser Sympathische und noch diverse andere. Also ich kann es nur empfehlen, liebe ZuhörerInnen, schaut mal rein in das Three-Body-Problem, gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit, wenn es euch am Anfang sehr verwirrt, könnte es euch gehen, wie es mir ging, aber es lohnt sich dran zu bleiben. Es ist ein ganz, ganz tolles Sci-Fi-Ding, was immer größer wird. Es hat dann gefühlt solche Story-Dimensionen, wie auch schon das genannte Game of Thrones zum Beispiel. Und ich freue mich sehr, wenn es dann auch weitergeht. Ich denke mal, es wird garantiert eine neue Staffel geben dann davon, dass es dann weitergeht. Bin sehr gespannt drauf. Wie ist es mit dir? Hast du dir Lust gemacht, mal reinzugucken? Es ist bei mir tatsächlich auf der Liste Up Next nach The Gentleman, das ich jetzt fertig gehabt habe, worüber wir vielleicht gleich ja reden können. Ja, kannst schon mal starten. The Gentleman. Ich habe drei Folgen geguckt, du hast es komplett geguckt. Ja, ich habe es komplett durch. The Gentleman-Serie auch auf Netflix, die jetzt, ich weiß gar nicht, wie weit hängt es mit dem Film noch alles zusammen und so? Es gab ja schon mal einen Film. Mit dem Film The Gentleman, ich glaube, so gut wie gar nicht. Den hatten wir, glaube ich, damals auch in The Sneak, kann das sein? Ja, ich glaube. Ich glaube nämlich, das war... Aber da ging es ja eher darum, dass dann irgendjemand so ein bisschen als Geheimagent ausgebildet wird und da so sagen. Ich glaube, es hat nicht so viel... Ich finde es aber sehr dämend. Nein, 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 nein. Der Film mit Hugh Grant und Matthew McConaughey, da geht es auch um das Marihuana-Imperium. Ja, aber das war doch irgendwie ein Ami oder sowas, der da... Ach, keine Ahnung mehr. Ich müsste es nochmal reingucken. Oh, das ist echt toll. Und da sagt ein Kollege, ja, das gibt es auf Amazon Prime auch. Sag ich, nee, glaube ich nicht. Doch, 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 auf jeden Fall. Aber ich sage, nee, das ist der Film. Ach, nee, das ist die Serie. Und dann muss ich ach, wer streamt das auf App und so weiter. Ja, also ich finde es extrem dämlich, dass es genau so heißt. Ja, ist sicherlich nicht so clever. Jedenfalls kommt Eddie, Eddie Hornyman, Eddie, ja, Theo James spielt den, kommt aus dem Einsatz oder wird aus dem Einsatz, aus dem Militäreinsatz nach Hause berufen, weil sein Vater im Sterben liegt. Und er kommt dann auf diesen Hof und erbt dann tatsächlich auch das Familienanwesen und alles. Statt seinem älteren Bruder und seiner Schwester, die irgendwie nur... Was kriegt die? Ein Schiff oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Ja, irgendwie eine Jacht, aber nur, wenn sie damit die Welt umsegelt innerhalb von irgendwie... Genau, wenn sie die Welt umsegelt und das andere kriegt sie auch nur, wenn sie heiratet, aber einen Mann. Also, das sind schon sehr witzige Einschränkungen. Und der Forstmeister des Anwesens, der kriegt lebenslanges Niesbrauchrecht auf, was weiß ich was. Ja, auf jeden Fall, sein Bruder Freddy, der ältere Bruder, der eigentlich davon ausgegangen ist, dass er alles erbt, ist ziemlich pisst, verständlicherweise. Problem an der Sache ist allerdings, dass auf diesem Anwesen eine Untergrundorganisation arbeitet, in dem Fall angeführt von Susie Glass, die Familie Glass, die spielt Kaya Scordelario. Und die sind ganz groß im Marihuana-Geschäft drin und haben da eben auf dem Anwesen unterirdisch eine Anlage, eine größere Plantage stehen, weil das der Vater von Eddie, der Duke, vor vielen Jahren als gute Geschäftsidee gesehen hat und sich da eben mit dran bereichert hat und halt denen da Unterschlupf gewährt. Und Eddie möchte eigentlich mehr oder weniger raus aus dieser Sache, weil er sagt, um Gottes Willen, das funktioniert so gar nicht. Und daraus entsteht dann eine Serie von, du kommst vom Hundertsten ins Tausendste und kommst von einer blöden Situation in die nächste. Wenn ich hinzufügen darf, die größere Brisanz entsteht daraus, dass sein Bruder, der eigentlich erben sollte, massive Schulden hat bei wirklich ganz dubiosen Gangstern. Und dass er quasi, als er das erfährt, weiß er, okay, er kann dieses untervermietete Drogenbusiness nicht canceln, weil sonst die Einnahmen verloren gehen. Im Gegenteil, er lässt sich halt von der Frau da noch helfen, damit dem Bruder irgendwie die Schulden erlassen werden oder sowas. Das ist ja eigentlich das Große. Ja genau, aber da wollte ich jetzt gerade darauf hinaus, dass Freddy eigentlich derjenige ist, der hier die ganze Schoße da mit ans Laufen bringt. Und es ist halt, wie es kommt. Also statt da irgendwie rauszukommen aus der Sache, rutscht die ganze Familie immer tiefer rein. Das wurde mal so schön thematisiert. Achso, du willst, dass wir hier rauskommen aus dem, nicht mehr mit Kriminellen, und wir sollen dafür aber stehlen, hier ein Auto stehlen. Ja, das ist, wie gesagt, echt nicht so schlecht und hat eine ganz eigene Art von Humor. Es ist schon relativ schwarzer Humor, aber nicht zu schwarz, also nicht zu böse, was da Guy Ritchie unter anderem mit mit reingebracht hat. Und es ist für mich eine Serie gewesen, die echt Spaß gemacht hat. Also man kam da gut rein, ist es gut erzählt, hat ein angenehmes Tempo. Du weißt irgendwie nie, was dich jetzt erwartet in den Folgen. Aber die Folgentitel geben schon auch Hinweise. Also Folge 1 heißt kultivierte Aggression und Folge 2 zum Beispiel Tackle Tommy Wu Wu. Ja, sowieso eigentlich die coolste Rolle hat ja Michael Wu, der den Jimmy spielt, der einer von denen, der da unten diese Facility leitet, diese Drogen-Facility und da richtig dieser totale Marihuana-Nerd ist, der dann irgendwie... Ja, der aber auch komplett neben der Spur dann teilweise läuft. Und es ist echt... Ich bin verliebt. Genau. Es macht wirklich Spaß. Also ich hätte es echt nicht gedacht, dass das so nach ein bisschen, ja, vielleicht zum Einstieg nicht ganz cool zum Reinkommen für den einen oder anderen, aber trotzdem sind es acht Folgen, acht Folgen sind es, die sich aufbauen, die man gut schauen kann, die die Geschichte auch nicht zu Ende erzählt haben. Das muss man auch noch gleich sagen. Also das ist noch nicht durch. Da wird es eine zweite Staffel geben müssen. So wie es aktuell aussieht. Ich hoffe auch, dass da eine zweite Staffel kommt, weil es schon teils echt herrlich schräg einfach ist und die ganzen Charaktere auch herrlich schräg sind. Ich denke da nur an die Tante mit den Macheten oder mit der Marete oder diesen Geistlichen, der im Namen von Jesus tötet. Ja, nee, wir glauben an den anderen Jesus. Ah ja, der Typ ist auch ein absoluter Pro-Tipp noch. Also wenn man Filme, Guy Ritchie-Filme schaut, unbedingt im Original schauen, wirklich am besten Untertitel machen. Also ich schäme mich nicht. Ich sage auch, ich habe es auf im Original geschaut, im Englischen mit Untertiteln, weil da sind irgendwelche Schotten dabei. Also allein dieses Potpourri an englischen Dialekten zu hören, das ist großartig. Auch wie die Leute sprechen, das wird dem Deutschen dem überhaupt nicht gerecht. Auf keinen Fall. Also gerade dieser gottesfürchtige Gangster-Tal, wie großartig der redet, herrlich. Ja, also wie du es schon gesagt hast, echt schönes Potpourri. Einmal quer durch die Verbrecher-Szene und wer mit wie viel Stil wo wie drin hängt und überall halt der Duke dann sich da den Namen machen darf und muss. Und ich fand es großartig. Mir hat es echt Spaß gemacht. Also ich freue mich auf eine zweite Staffel, auf eine Fortsetzung, weil ich schon wissen will, wie das jetzt weitergeht. Weil am Ende ist halt doch nicht immer alles so, wie es wirklich scheint zuerst. Aber dazu weit bist du noch nicht, deswegen. Nee, nee. Ich wäre gar nicht so viel gefahren. Ach so, warte mal. Dann kennst du auch die mit der Machete noch gar nicht. Doch, die habe ich schon. Ah, die hast du schon. Das war ja die Autohändlerin. Ja, genau, genau, genau. Ja, klar. Kenne ich ja schon alles. Oh, Entschuldigung. Und ich weiß auch, was im Auto sich befindet und alles. Und dann, was da alles noch so ist, wen man dann ... Also Guy Ritchie, ich war ein riesen Fan von dem ersten Film Lockstock in Two Smoking Barrels. Unpassender deutscher Titel. Bube da mich, König Gras. Also dieser erste Film, ich glaube, damals, da habe ich auch sehr viel Englisch damit gelernt, weil ich habe den immer im Original geschaut und so. Und ich fand den so super. Ich kann ihn jetzt noch gucken. Da sind so tolle Szenen drin. Und Sting in einer Nebenrolle. Ey, wenn du schon Sting dazu kriegst, in einem Film mitzuspielen. Und dann gerade für so ein Erstlingswerk, das war damals so, ich weiß nicht, in den 90ern, wo so Reservoir Dogs, Clerks, Lockstock und sonst was. Also da kamen lauter so richtig geile Erstlingswerke raus. Es war einfach eine richtig gute Zeit. Und dann dieser Film, das Lockstock war so geil. Und danach Snatch und sonst was, was da noch alles kam. Blöderweise hat er eine Phase gehabt, wo er nur Scheiße gemacht hat, gedreht hat. Und jetzt findet er langsam wieder zurück in die Spur. Und ich finde Gentleman, The Gentleman, hier diese Serie, ist auch bestes Beispiel dafür. Er hat zwar bei vielen Folgen nicht Regie geführt. Ich glaube sogar bei fast keiner. Ich habe immer darauf geachtet, es standen immer andere Namen. Aber er ist zumindest der Showrunner. Und man merkt deutlich den Einfluss von Guy Ritchie, was so den ganzen Humor angeht. Und natürlich auch, da sind so viele Easter Eggs für Guy Ritchie-Fans drin. Und natürlich ist offensichtlich, die Easter Egg ist Winnie Jones, der da den Gärtner spielt. Dann bis hin zu den Gewehren, die da wieder auftauchen, die bei Lockstock schon mit dabei waren. Bis hin zu dem Käfig, der da unten in dem Drogending drin ist. Und bis zu den Sachen, die mit, ach, ich will, dann Namen von manchen Gangstern, die dann auftauchen. Ja, ich will immer nicht zu viel verraten. Aber da ist so viel aus dem, aus dem in Anführungszeichen, guten Guy Ritchie-Universum, was da auftaucht. Der referenziert bewusst nicht seine schlechten Filme. Wahrscheinlich weiß er, dass die da taugen. Also zumindest bis jetzt nicht. Ich weiß nicht, was noch kommt. Aber die drei Folgen, die haben mich schon mal total begeistert. Und ich bleibe da auf jeden Fall dran. Und ach ja, auch der Bruder Daniel Ings, der Schauspieler, der auch, Black Mirror hat er, kann ich mich erinnern, hat er mitgespielt. Und auch großartig, so die Änderung von ihm, mit dem Huhnkostüm und sonst was. Das ist echt super. Und dann so, ja, du musst da mehr reinlegen. Und auch als es mit anderen Gangster das zeigen, ja, da hast du dich aber nicht richtig angestrengt. Ich glaube wirklich. Ach nee, ist eine absolut tolle Serie. Nicht umsonst auch, ich glaube, es teilt sich immer mal mit Three-Body-Problem auf Netflix, gerade Platz 1 und 2. Das switcht so ein bisschen hin und her. Und dann auch dieses Rumschlawenzel vom Duke und von Susie Glass umeinander. Das ist auch so ein bisschen witzig. Nee, großartig. Ich habe, als ich in Malaysia war, einen Arbeitskollegen kennengelernt, der ist totaler Guy Ritchie-Fan. Ich habe bei ihm Tattoos erkannt. Der hat quasi ganz, ganz viele Tattoos. Und da habe ich so erkannt, weil da war er natürlich kurzärmlich unterwegs, in Malaysia war er sehr warm. Und da habe ich so ein paar Sachen erkannt aus Guy Ritchie-Filmen. Und da habe ich ihn gefragt, das ist aus Guy Ritchie. Ja, ja, okay. Und da habe ich, ach, das ist ja auch. Und das ist aus dem Film. Und so der hat so, oh, was, du kennst das alles. Ja, klar. Und dann hat er gemeint, ja, er lässt sich da jetzt noch eins machen aus dem anderen Film und so. Und da habe ich so, ah, cool. Also ich denke mal, da wird er sich bestimmt auch ein paar Motive machen lassen. Vielleicht taucht das Huhn bei ihm irgendwo auf oder keine Ahnung. Also der hat wirklich fast seinen ganzen Körper voll mit Guy Ritchie-Motiven. Zumindest den Oberkörper, den er mir gezeigt hatte. Also, ja, ist auch wirklich ikonisch. Also der ist Engländer. Mein Kollege wohnt aber jetzt da unten für uns in Singapur. Und absolut geil. Also sehr empfehlenswert. Und wer Lock, Stock and Two Smoking Barrels nicht kennt, deutscher Titel, Bube, Dame, König, Gras. Unbedingt schauen. Ich gucke mal gerade, wo der verfügbar ist. Bube, Dame, König, Gras. Wieso nennt sich das Serie? Ist doch keine Serie. Ach, da gibt es auch eine Serie? Hä? Okay, das wusste ich gar nicht. Gibt es offensichtlich auch eine Serie? Aber die meine ich nicht. Ich meine den Film. Hier ist er. Den Film gibt es gerade auf MGM Plus im Prime Video Channel und auf Magenta TV in der Flatrate. Ansonsten könnt ihr den natürlich überall ab 3,99 irgendwo ausleihen. Ja. Okay. Das ist eine absolute Empfehlung von uns. Ja, schau das an. Du hast hier noch Serientrailer, die du erwähnen möchtest, sind neu dazu gekommen. Ja, ganz kurz, weil es diese Woche ganz aktuell reinkam. Einmal der Trailer von Doctor Who. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee. Den Trailer, den es jetzt da gibt. Ich habe beide noch nicht gesehen, die du gerade reingest. Ah. Ja. Komm. Ja. Okay. Ich gucke keine Trailer, ich will mich nicht spoilern lassen. Ja, genau. Der Erik schon kein Trailer. Mr. Trailer himself. Nee, Spaß. Das war Doctor Who. Macht Spaß. Habe ich Bock drauf, wirklich. Weil ganz, ganz frischer Wind, ganz arg viel positive Energie und sieht ganz arg spannend teilweise auch aus. Deswegen, da freue ich mich richtig drauf, auf die Doctor Who Serie mit dem neuen Doktor und Star Wars The Acolyte. Kurze Frage, Disney Plus oder wo ist das? Disney Plus, ja, Disney Plus. Und Star Wars The Acolyte auch Disney Plus. Oh, ha, das wird richtig spannend. Die Serie kommt im Juni, ab 5. Juni, auch auf Disney Plus. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt, was da noch alles dahinter steckt. Sieht sehr, sehr düster aus, sieht sehr, ja, spannend aus und also es ist pure Jedi Action wohl und vielmehr dunkle Seite Action und es sind acht Episoden, die da kommen mit so 30, 35 Minuten. Ich gucke nachher mal den Trailer. Guck mal den Trailer an. Ich habe ein Problem damit, mir Filmtrailer oder Serientrailer auf dem Handy anzugucken, weil meistens kriege ich sowas weitergeleitet, so hier, guck mal, kommt irgendwie auf WhatsApp oder Instagram vielleicht noch Hochkant oder so, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, mir die anzugucken und mir die Experience zu versauen, des ersten Mal Schauens, weißt du. Ich gucke den gerne möglichst groß an und deswegen. Ja, denke ich, guckst du auf jeden Fall später, ja, okay, da gibt es irgendwas und dann so, ah, scheiße, vergessen, so geht es mir gerade. Also ich werde nachher gleich den mal gucken. Auf jeden Fall. Und dann hier auf dem großen Bildschirm und dann, ja, bin ich auf jeden Fall schon mal gehypt, auf jeden Fall, weil, ja, ich hoffe, es wird gut und dann komme ich mal zu den Serien Neustarts, meine kleine Rubrik, die ich jetzt hier eingeführt habe. Die erste Serie, über die ich sprechen möchte oder die ich ansprechen möchte, startet am 4. April, ist ja bald, auf Netflix und die heißt Crooks und das ist eine deutsche Krimiserie. Da geht es um den ehemaligen Tresorknacker Charlie, gespielt von Frederik Lau. Der wird von seiner dunklen Vergangenheit eingeholt, denn von seinen ehemaligen Kumpanen wird er zum Raub einer wertvollen Münze gezwungen und damit er seine Familie nicht in Gefahr bringt, bleibt ihm keine Wahl und genau, er kommt dann, da geht natürlich einiges schief bei diesem Raub und klingt spannend. Also Crooks, sollte man sich mal vormerken, deutsche Serie, Freddy Lau, der kann immer was. Netflix passt auch. Dann habe ich was, das wollte ich eigentlich der Kate empfehlen. Jetzt ist die nicht da, so ein Mist. Ich hoffe, sie hört es. Auf Disney Plus. Jetzt muss ich bloß gucken, wann es anläuft. Das heißt Renegade Nell. Mal gucken, wann läuft das genau an, weil das habe ich auf einer anderen Seite stehen. Hier, am 29. März. Das ist, würde ich mal im weitesten Sinne sagen, so eine Art Drei Musketiere, aber mit jungen Frauen. Es ist eine Abenteuerserie, spielt im 18. Jahrhundert und da wird eine Frau, nämlich die Nell, um die es geht, eines Morders beschuldigt und da wird sie mit ihren zwei Schwestern, Roxanne und George, zur Kutschenräuberin und genau, da werden da noch so verschiedene Leute ihnen behilflich und dann landen sie so ein bisschen durch die ganze Flucht auf der falschen Seite des Gesetzes und aber es gibt sogar Querverbindungen, dass vielleicht sogar eine in die Royal Family involviert ist und so weiter. Also klingt eigentlich ganz nett und Disney Plus liefert ja immer ganz gut ab und wenn das so eine, ja, so eine jugendgerechte Serie ist mit so jungen Frauen, die sich da so durchschlagen. Ich glaube, das könnte da Kate gefallen, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja, vielleicht hört sie es ja. Was denkst du, könnte ihr das gefallen? Du kennst sie besser? Sie guckt auf jeden Fall rein. Denke ich auch. Ich glaube, ich gucke auch mal rein. Dann Apple TV Plus hatten wir ja festgestellt, die liefern sehr, sehr gute Sachen ab. Und da läuft eine Serie an mit Colin Farrell oder Farrell heißt er, glaube ich, weil ihre ist genau Colin Farrell am 5. April. Die heißt Sugar und das ist so eine Art Detektiv, so Film-Noir-Geschichte und hat so ein bisschen so die, so eine Tonalität von der Düsternis her wie The Batman, also auch so ein bisschen düster gerät. Und es geht los mit einer Doppelfolge, klingt auch ganz interessant, Colin Farrell liefert ja auch immer ganz gut ab und so eine Detektiv-Geschichte mit ihm, so Film-Noir-mäßig, klingt schon gut. Außerdem sind noch mit dabei Amy Ryan, die man aus The Wire kennt, zum Beispiel Anna Gunn aus Breaking Bad, James Cromwell aus Succession, ja, was haben wir noch, Alex Hernandez spielt bei Invasion gerade aktuell mit, Nate Cautry aus Mindhunter, klingt auch ganz gut. Gut besetzt, könnte was werden. Dann startet eine Serie, die heißt Ripley. Muss ich kurz gucken, wann die startet hier, weil das habe ich auf einer anderen Seite. Ripley auf Netflix am 4. April. Neue Serie mit Andrew Scott, der zuletzt im Kino zu sehen war in All of Us Strangers, der auch sehr viel Lob bekommen hat. und da geht es um den, es gibt ja diesen Roman, der talentierte Mr. Ripley und das ist quasi eine serienmäßige Verfilmung davon, soll wohl sehr gut sein, mit Dakota Fanning unter anderem noch mit, Johnny Flynn aus Love Sick und John Malkovich ist auch mit dabei. Dann startet noch was, das ist allerdings kein direkter Neustart, aber möchte ich auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Dann auf Discovery startet die fünfte Staffel zu Star Trek Discovery. Ne, nicht Discovery, auf Paramount Plus startet die fünfte Staffel zu Star Trek Discovery. So. Und zwar startet die am 4. April auch. Da geht einiges am 4. April. Die warten alle, bis die Osterfeiertage vorbei sind und dann hauen sie raus. Hier merkst du, dass man ja keine Zeit hat zum Gucken. Ja, ist schon gemein. Naja. Puh. Erstmal ein Schluck trinken. So, ich hoffe, da war für jeden was dabei, hier bei den Serien Neustarts und bei den Film Neustarts. Die liegen uns ein bisschen mehr am Herzen, also geht ins Kino. Zu Hause gucken kann man immer, aber Kinos, die brauchen euch immer noch. Und jetzt kommen wir mal zu den Musiktipps für unsere Spotify-Playliste. Musik. So, Chris, was hast du da? Ich wollte dich ein bisschen trollen. Ich habe aus dem Film Arthur der Große den Song genommen, deswegen du den Trailer nicht reingespielt hast. One Republic, Run. Dann nehmen wir den zum Dank auch noch hier rein, okay. Nehmen wir da nicht. Und ich habe was, also gestern hat ja mal die, ja, die deutsche Nationalmannschaft hat ja überraschenderweise mal gewonnen. Ja, gegen Frankreich sollte man vielleicht erwähnen. Ja, gegen Frankreich. Wie ging es dir denn da damit eigentlich? Ah, ich bin da, also es war ja Freundschaftsspiel, da bin ich eigentlich sehr entspannt. Und ich sage mal so, bei Frankreich findet gerade so ein bisschen ein Umbruch statt, wie man vielleicht gemerkt hat. Es sind ja, außer Mbappé und so, es sind ja viele nicht mehr da. Da hat sich einiges geändert. Es ist so ein bisschen so ein Test gewesen auch. Ja, deswegen mal schauen, wie dann, wie sie sich dann wirklich unter Feuer dann richtig präsentieren. Mal gucken. Also ich hatte auf jeden Fall, ich hatte gestern das Frankreich-Trikot an beim Gucken und habe aber natürlich zu unseren VfB-Lern für Deutschland gehalten, weil ich habe auch vorher gesagt, bevor das Spiel angefangen hat zu Hause, ich würde mich freuen, wenn Deutschland gewinnt, damit das ein bisschen so eine Euphorie endlich mal ausgelöst wird. Weil, wenn du auf Arbeit das Thema anbringst, so, hey, wie sieht es denn aus, Fußball, EM? Weil ich bin ja total begeistert von diesen großen internationalen Turnieren. Ich kann es nicht verhehlen. Ich gucke die gerne, ich sammle Panini-Bilder und alles. Ich bin da voll am Start und auf Arbeit alle so, ah, das ist doch eh scheiße und die können ja nix und sowas. Und ich sage, ey, Leute, ey, wir wohnen in Stuttgart, ja, die spielen hier bei uns im Stadion. Ey, Leute, mal ein bisschen, äh, äh. Und so, ich hoffe mal, dass jetzt endlich mal der Funke mal ein bisschen überspringt. Und wenn ich so meine, meine Bubble so sehe, ist es, glaube ich, auch passiert. Und deswegen, habe ich eigentlich schon meinen Musik-Tipp? Ne, habe ich noch gar nicht gesagt, ich bin hier ins Schwafe gekommen. Du eierst immer noch drum rum. Ja, ne, weil du mich, du hast mich getriggert. Ich habe von Beckenbauer, gute Freunde kann niemand trennen. Ich habe extra geguckt, ob es verfügbar ist. Das ist so schön cheesy und genau so. Eure Eltern sind zu bedauern. Eure Eltern, die tun uns leid. Ich sing jetzt lieber nicht weiter. So, genau. Ich hätte natürlich auch von den Toten Hosen niemals zum FC Bayern gehen nehmen können. Naja, aber zeigt sich doch, wenn hier ein bisschen VfB-Gene drin sind, dann läuft's. Ja, jawohl. Gut, wunderbar. Ich hoffe, es läuft auch dann gegen die Niederlande und, ähm, mal gucken. Ja, ähm, dann sind wir durch für heute. Dann warten wir mal ab, was uns morgen in der Sneak Preview dann erwartet. Und bin ich gespannt drauf, was das für ein Wunder ist, was da passiert. Vielleicht läuft ja irgendein absoluter Top-Film an. Das Wunder von Bernd vielleicht. Den bekommen wir, nee, der lief ja schon. Ach so, ja. Vielleicht läuft, ach, weißt du, was kommen könnte? Dieser Union-Film. Da gibt's doch irgendwie einen Film über Union Berlin. Ist der nicht schon draußen? Hoffentlich. Nicht, dass der kommt, ey, da geh ich raus. Da mach ich kurz Wirke-Geräusche und geh dann raus. Ah. Na gut, ähm, lassen wir uns gut sagen. Vielen Dank fürs Mitmachen, Chris. Und dann sehen wir uns morgen. Und vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Lasst euch gut gehen. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald im Kinocast.